Stirb! Die kommt mir an mit Rauchen Die wär's mal mit Waffen sind verboten Und alle Passagiere, Passagiere, das Rauchen ist verboten Jaaa Ja, renn in die Granate, du Vollidiot Ey, ich wär so tot gewesen und der Explodiert unter seinen Füßen Scheiße Was macht der? Er zieht den Kopf ein God Mode drin oder was? Jetzt rennt er... Hä? Warum so schlau? Wie kommt er noch hinterm Landtisch vor? Hä? Du hast zwar meinen Bruder getötet, aber ich lebe noch Ist da vielleicht irgendwie ein Computer oder so? Ein Laptop? Ne, ich glaub den hab ich schon eingesammelt Hier stand glaub ich eigentlich Naja, was soll's Machen wir mal weiter Ja, wir folgen dir, ja Komm Beweg deinen Arsch Oh, Kontakt auf 12 Uhr, ich muss ins Bett Warte Ne Haha, festgenommen du Was? Ja Natürlich Alle Teams Achtung, der Truck kommt auf euch zu und fahr schnell Besichert das Gebiet Der Truck ist jede Sekunde hier Wir müssen diese Straße ablegen Okay, ich würd das hier abknallen, aber Ne, das wär ein bisschen unvorallisch Alle Mann an der Straßen Da ist der Truck Feuer, hoi! das ist gleich echt brutal man das ist brutal was wirst du nicht so weit ich war mal gegner ja und gleich was bau das richtig brutal scheiße das ist verschwinden tja das war's wohl mit dem urlaub ne um 6.22 britischer zeit ereigneten sich mehrere chemische angriffe in ganz europa schon jetzt gilt es als schlimmster terrorakt der geschichte rammstein wir werden angegriffen roger wir wissen vom gasangriff und schicken dekontaminierungseinheiten kein gas uns greifen hier russische bodentruppen an bitte bestätigen rammstein russische bodentruppen die ganze russische armee fordert sofort die unterstützung berichten augenzeugen von russischen kanzern auf der chance das war kein terrorakt die angriffe sollten unsere verteidigung zerschlagen und eine invasion vorbereiten wir müssen sie mit allem angreifen was wir haben wir haben kontakt zur delegation in hamburg verloren metal 01 hier overlord sie werden nach hamburg umgeleitet wir müssen eine hochrangige geisel retten der vizepräsident die united states army ganz kurzer schnitt nochmal oh da sind wir auch wieder der asynchronität entgegenwirken falls eine da ist ich machs lieber wir sind jetzt hier in deutschland in hamburg vielleicht sehen wir ja iblali mal schauen gut aco g wie hier und einer sportflinte räumen sie den panzern den weg frei ok dürften wir schaffen ich denke mal Ich sterbe gleich, ich sterbe nicht, ich sag's doch. Okay, das war dumm. Das ist auch peinlich. Ich bin auch so schlau, ne? Die rennen alle hierhin lang, was mache ich? Ich renne natürlich in die andere Richtung. Ganz klare Sache. Das bin ich, ne? Paketenwerfer, also bitte. Äh, ich soll hierhin folgen, ne? Da rennt trotzdem da lang. Okay. Was? Und wo? Okay. Ah, ja, 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 schnell nach rechts, schnell nach rechts. Nein! Okay. So, und vielleicht für jemanden, der es noch nicht gefunden hat. Oha. Äh, hier oben liegt ein Laptop, also, äh, den hab ich ja schon eingesammelt, aber ich wollte es noch mal gesagt haben. vielleicht für jemanden, bei dem noch einer fehlt oder so, ich weiß, wo er suchen könnte. Könnte ja der sein. Na ja, gut. Oh, ich som. Oke. Oh, das ist holend. Einfach mal so aus Langeweile Was ist da für ein Panzer? Feindlicher? Scheiß drauf, Mann Der ist viel zu hoch geflogen Wollte ich gar nicht Naja War dann halt wie üblich Einfach mal drauf Da ist einer Achso, keine Munition Versuchen wir uns halt Munition hier, ne Haben wir Ne, weil den RPG ist nicht mehr in der Fresse Das ist ein Unterschied Naja, egal, hat aber nicht viel gebracht Sehr schlau Das sieht ja ganz schön schlimm in Hamburg aus Muss man ja mal sagen, ne Kein schöner Anglück Ja Naaaaaaahhhh ... Okay Äh, ja Was ist das hier? BB90 Wollen wir vielleicht mal vorrücken? Okay Was ist das? Woah So, der ist von uns. Jut. Jut. Na. Okay, die ballern eh alles nieder hier. Okay. Was? Stop. Okay, 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 okay. Bananentoaster. Bananentoaster.